Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin der Olli und das hier ist eine neue Folge Olli zockt mit Lands of Lore. Es geht direkt weiter. Ich nehme das hier auch kurz nach der letzten Aufnahme auf. Wir sind jetzt hier im Startbildschirm, weil als ich das gerade geladen habe, habe ich bemerkt, dass ich direkt angegriffen wurde. Also wir haben ungünstig gespeichert, nur dass ihr Bescheid wisst. Deshalb wollte ich euch vorher begrüßen. Wir laden jetzt den Spielstand, die Geierschlucht und dann hoffen wir mal, dass wir da durchkommen. Da geht es auch schon los. Wir stecken direkt heftig ein. Irgendwie sind die Waffen von Polsen und Bacata nicht besonders wirksam. Und ich glaube, das wird nichts mehr. So, dann gucken wir mal direkt, ob wir die Waffen wechseln. Gehen bei ihm hier mal den Streitkolben. Ich hoffe mal, dass stumpfe Waffen dann mehr bringen. Und dann gehen wir direkt mal den Schmiedermann-Polsen. So, und schauen wir mal, ob es das bringt. Das geht sogar gar nicht daneben. Und wir haben auch... Ah, ich hätte zaubern sollen jetzt. Ich bin alleine. Okay. Ne, das bringt scheinbar gar nichts. Also, nochmal die Geierschlucht. So, was haben wir denn noch für Waffen? Vielleicht mal die Äxte einfach probieren, bei beiden. In Hoffnung, dass das was bringt. Und dann direkt zaubern. Oh, das waren auch nur drei. Zwei. Oh, okay. Also, wir brauchen Stichwaffen. Aber wir hatten gar keine anderen Stichwaffen, glaube ich. Das sieht doof aus. Jetzt können wir natürlich den nochmal probieren, hier. Den Säbel. Und einfach mal ein ganz stinknormales Langschwert repolzen. Und dann gucken wir mal. So, erstmal hier im Polzen wiederbeleben. Ja, das bringt zumindest sowas. Aber auch nur einmal. Und das war's auch gleich schon wieder. Aber es reicht ja, wenn wir hier irgendwie durchkommen. Na, es ging schon wieder alles daneben. Ähm, zack. Und ich bin... Oh, das lässt schon wieder drei. Ach, das war doof. Ja, das hat sich noch gar nicht gelohnt. Ähm, zack. Ähm, zack. Ähm, zack. Und wir brauchen jetzt den Selbstwaffen. Mein macht der drei zacken und hat noch 40 Schaden. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, hoffentlich bleibt es jetzt bei dem einen. Ähm, ah, verdammt. Das war zu spät. Ne, das sind sie auch daneben. Ah, okay. So, jetzt rasten wir mal. Ich hoffe mal, dass das jetzt hilft. Kann man das eigentlich abbrechen? Nein. So, dann werden wir mal hier den Polz wiederbeleben. Und direkt nochmal rasten. Und dann speichern. Dann sieht's ja eigentlich ganz gut aus. Aber wir müssen uns natürlich immer noch überlegen, wie wir jetzt in Zukunft mit den Viechern da klarkommen. Ich nehme mal an, dass es auch Orks sind. Weil die Orks wurden am Ende der letzten Folge erwähnt, als es um die Brücke ging, die da zerstört wurde. Tja, und was haben wir denn noch? Okay, kann ich hier die... die beiden Waffen einfach mal ein paar Kater geben und... Der ist weiterhin stärker... Ne, Quatsch. Schutz ist stärker, aber Angriff schwächer. Das Schwert ist mein stärker, aber das heißt ja vielleicht gar nichts. Naja. Probieren wir's mal. Wir speichern nochmal. Nach dieser Konstellation. Und dann gucken wir mal, wie sich das jetzt hier bei den Orks bewährt. Ich nenn sie jetzt einfach mal Orks. Wenn sie ein bisschen anders aussehen, als die Kollegen am Anfang bei Rolands Landhaus. Und dann... noch ein Ast? Ne. Äh, Stamm, mein ich. Also, laufen wir auch richtig. Ja. Haben wir hier noch irgendwas? Geierschlucht, kommen wir nicht weiter. Ne, hier sind keine offenen Enden mehr. Also, wir laufen jetzt... das ist der Plan, wie beim letzten Mal schon besprochen. Wir laufen jetzt zum Weißen Turm. Skoschas Hindernis lassen wir jetzt mal außen vor. Denn wir wollen... ähm... Den Würfel, den wir noch haben. Vailenz Würfel, oder wie er heißt. Wollen wir uns aufheben für den Weißen Turm. Weil wir den da... Wahrscheinlich brauchen gegen... bestimmte Gegnertypen. Also, so gesehen bin ich froh, dass wir zwischendurch stecken blieben sind. Da hab ich das wenigstens durch Zufall bei meinen Recherchen herausfinden können. Weil ohne diesen Würfel soll es sauschwer sein in dem Turm. So. Da geh ich mal stark von aus, dass hier das ist. So, dann ändern wir jetzt aber nochmal die Bewaffnung. Denn, wie gesagt... Entschuldigung. In diesem Turm soll es Geister geben, die sich nur mit Smaragd-Waffen bekämpfen lassen. Achso, die hab ich jetzt, glaub ich, hier an irgendjemanden gegeben. Ne, dann geh ich erstmal zurück. So. Paulson hat die, glaub ich. Genau, die geben wir jetzt Conrad. Paulson geben wir mal in 3. Zack. 36. Jawoll. Oh. Ja, aber Kater nur 4. Das ist natürlich doof. Dem geben wir dann auch nochmal eine andere Woche. Geben wir ihm mal hier den Streitkolben. 16. Okay. Schmiedama 15. Also Streitkolben ist jetzt der Favorit. Zack Teufel. Tut sich nicht viel. Geht nur der Schutzein runter. Schlitzer. Beides runter. So, Langschwert. 16. 20. Und ein weniger Schutz. Das wär also ein guter Deal. Säbel Ausweiter. Okay. Ein bisschen mehr Schutz, aber viel weniger Schaden. Also auch nicht so gut. Ah, die beiden Langschwerte haben wir ja noch. Reuter. 22. Okay. Schon mal besser. Nochmal Reuter. Ja, tut sich natürlich nix. Ja, dann würde ich sagen, ist das jetzt unser Setup, mit dem wir's probieren werden. Wir sichern mal unter Evil Turm. Ah. Wieder hab ich vergessen, dass wir das Z hier, äh Z und Y vertauscht sind. Evil Turm. So. Dann gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ach, da liegt schon direkt was für uns. Papier. Kralle. Kralle. So. Was brauchen wir noch diese Flaschen? Ich denke mal drei Stück werden wir auch nicht brauchen. Aber wer weiß. Wir warten erstmal ab. Ölflaschen. Okay. Es ist hier hell genug. Also Ölflaschen werden wir erstmal nicht brauchen. Das ist natürlich erstmal unwahrscheinlich. Von daher könnte man natürlich auch noch mal ein bisschen was von dem Kleinkram an Waffen hier weglegen. Dolch, Attentäter, Stilett, Beißer. Aber wer weiß. Vielleicht sind die Dolch hier gar nicht schlecht. Also ich speichere hier direkt nochmal. Und zack. So. Und dann gucken wir doch mal. Was uns hier so erwartet. Und dann auch da geht es jetzt los. Amazonen. Okay. Okay. Viel Schaden macht jetzt keiner davon. Außer hier mal so zwischendurch durch Zufall. Die machen gar nichts. So. Das war mal die Taktik die ich immer wieder vergesse. Dass man mit Fernwaffen dann mal lieber dazu schlägt. So. Jetzt hauern wir mal direkt. Okay. Keine Glückstreffer. Aber okay. Wir haben es geschafft. Immerhin. Dann würde ich sagen rasten wir doch direkt nochmal. So. Also gegen die Amazonen. Hat das Rapieren nichts geholfen. Dann nehmen wir mal den Streitkolben. Der ist zwar schwächer, aber vielleicht besser geeignet. Und den lassen wir nochmal. Falls andere Gegnertypen noch auf uns warten hier. Hier ist aber nichts weiter. Was ist das? Oder was? Nein. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ah. Apropos. Genau. Zauberschlüssel. Hätte ich fast übersehen gerade. Äh. Ich sagte ja schon, dass es hier Geistergegner gibt. Ring. Für Admittance. Okay. Einlassring. Aber Ring. Könnte natürlich auch eine Aufforderung im Englischen sein. Klingeln. Ähm. Und dass es ein Übersetzungsfehler ist. Mal gucken. Wir werden es rausfinden. Ring. Gleich mal dran schießen. Oder dran schlagen. Zauberschlüssel. Nein. Okay. Zauberschlüssel. Okay. 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 Das war natürlich nicht so toll. Geht jetzt vielleicht die Tür hier auf? Nein. Nein. Wir heilen uns mal direkt wieder. Ah. Da kommt tatsächlich was. Boah. Das ging zum Glück fix. Das war also die Quelle dieser komischen Geräusche. Treppe. Okay. Noch eine Treppe. Da liegt was. Wurfstern. Okay. Hmm. Locked. Probieren wir erstmal den Dietrich. Jawohl. Zwergenschild. Sehr schön. Ölflasche. Legen wir erstmal eine Seite. Wurfstern. Feuer. Der klingt besonders. Empty. Okay. Ja. Wer weiß. Vielleicht sind Wurfstern ja auch hier nicht unwichtig. So. Schauen wir mal. Okay. Okay. Nur eine Wand. Nur eine Wand. Das ist natürlich sehr merkwürdig. Hä? Okay. Was ist jetzt passiert? Ah. Das war... Ne. Moment. Kann man die wieder zumachen? Ja. Da hat sich dann quasi eine Wand hinter uns geschlossen. Aber... Ja. Ne. Er hat ja noch die Armbrust. Also eigentlich... Alles gut soweit. Ich wollte den Schwergenschild noch ausrüsten. Genau. So. 107. 111. Sehr schön. 70. 70. Okay. Hier haben wir ein normales Schild. Äh. Normalen Schild. Da tut sich nix. Ja. Dann kriegt Bakata jetzt natürlich noch... nochmal den Schild oben drauf. Sehr schön. Äh. Wir benutzen Heilung. Und wir rasten. So. Hoppala. Soviel dazu. Dann lass sie nochmal. Gut. Äh. Nicht laden. Sichern natürlich. Ich sichern mal jetzt zwei, damit wir den Spielstand mit dem Anfang, wo wir die Sachen abgelegt haben, nochmal sicherheitshalber haben. Falls irgendwas schief geht. So richtig schief geht. Ich traue hier dem Spiel alles zu mittlerweile. Also diese komischen, äh, Flugwürmer haben, äh, haben Spuren hinterlassen bei mir. Okay. Ja. Kommt doch mal. Oh. Okay. Die machen gar nichts hier. Dann... probieren wir erstmal hier mit. Und... Könnte mir natürlich vorstellen, dass der Wurfstein dann direkt weg ist. Vielleicht muss man den auch normalerweise einfach werfen. Wir werden es jetzt gleich herausfinden. Ach nein. Was klicke ich denn heute da unternehmen? Aber die scheinen auch keinen Schaden zu machen. Also... Dafür machen die Amazonen auch nicht besonders viel Schaden. Immerhin das. Äh, sonst... säen wir schon alt aus. So, was haben wir denn noch nicht probiert gegen die? Mit den Schmied haben wir schon mal getestet. Und ich glaube ja, aber... Ich hab ja nicht viel anders. Und hier nochmal das Langschwert. Ja. Das sieht schon besser aus. Kann natürlich wieder, ja, nächstes Gefall gewesen sein. Oh, komm. Ja. Und nochmal. Ah. Ah. Ach, da ist noch eine. Ah. Hm. Diese komischen Blutegel nenne ich sie jetzt einfach mal spontan. Kommt noch dazu, aber... Bis jetzt haben sie auch noch nicht viel angerichtet. Kann natürlich sein, dass die Vergiftung haben. Dass sie bis jetzt Glück hatten. Oder sie sind einfach relativ harmlos. Wär ja auch mal schön. Meine Güte. Dafür kommen da aber viele. Ist da auch wieder so ein Nest wie mit den Flugwürmern? Dass man da ein Nest zumachen muss? Aha. Tatsache. Gut. Dann schauen wir mal. Wo sind wir? Türen. Da waren wir bei. Bei beiden noch nicht. Der Schalter. Wird wahrscheinlich auch wieder einen Fall auslösen wie der hier. Ist vielleicht direkt neben uns hier einer. Ne. Dann gehen wir erstmal hier durch. Machen wir die zu. Geht die andere dann auf? Nein. Kann man vielleicht hier die Wand einschlagen, weil da so ein Riss ist? Äh. Wir können es ja mal rühren. Hat Bakata ja. Der hat den Hammer. Ja. Sieht man ja auch da. Dowie. Nix. Ne. Aber da würde auch was sagen. Äh. Selbst wenn es mehrere Schläge bräuchte. Was haben wir hier noch? Hallo. Das sieht doch auch aus wie dieser komische Zauberschlüssel, den wir haben. What? It does not fit. What? It does not fit. Das sieht doch genauso aus. Okay. Da gibt es vielleicht mehrere Zauberschlüssel und Schlösser. Hm. Hm. Da waren wir jetzt. Gucken wir mal hier nochmal. Da kommen wir aber auch nicht rein. Hm, 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 hm. Ah. Da waren wir noch nicht. Das ist hier. Ich wollte eigentlich erstmal am unteren Stockwerk bleiben. Genau. Genau, also links, rechts, da wollte ich eigentlich hin, hier. Ah, da kommen sie schon wieder. Einen haben wir, zwei, ne, erst zwei, so. Ach, die schießen auch mit irgendwas, ne? Oder ist da hinten noch was? Aha, da können wir den Schlüssel einsetzen, aha, so, da machen wir der hier auch zu. Dann geht vielleicht dann diese Tür doch auf, oder die. So oder so, ich würde sagen, wir heilen uns noch mal kurz. Ich benutze jetzt übrigens Zauber 3. Auch nur den kleineren Zauber nimmt, aber hier, denke ich, ist es so besser. Für den Fall, dass meine Theorie stimmen sollte. Ah, ich sehe gerade, ist, äh... Ne, der Ivel-Turm oder Ivel-Turm 1 ist gar nicht mehr da, komisch. Hat er das dann überspeichert, nur wegen der 2 trotzdem? Äh, also trotz der 2? Naja. So. Was haben wir hier? Den anderen Zauberschlüssel, jawoll. Was war's? Keine Geheimgänge oder so? Ne. Noch ein Schloss. Da werden wir wohl auch einen Schlüssel brauchen. Aber ich probiere es trotzdem natürlich mal kurz mit dem Dietrich. Aha. Gut, dass ich es probiert habe. Aber hier ist schon mal nix, oder? Ne. Hm. Und hier auch? Na gut. Hätte mich auch wundert, dass wir einen Werkwerksschlüssel immer noch übrig haben. Aber... Kostet ja nix, ne? Ist jetzt hier zugegangen? Oder aufgegangen? Wir können ja auch mal hier den... ...Cheli benutzen. Irgendeine Waffe muss es doch geben, mit dem man da was ausrichten kann bei den... Wir gucken nochmal. Also ja, das Schwert... Ich sag mal ja, das Maragdschwert... ...hilft gegen... ...die Amazon komischerweise auch. Obwohl es ja wohl keine Geister sind. Äxte hatte ich, glaube ich, beide schon mal ausgerüstet. Aber ich probiere es einfach nochmal. Oder hier nochmal den... ...den Säbel zum Vergleich. Hatte ich, glaube ich, in der Kombi auch schon, aber... ...immerhin macht da ein bisschen Schaden. Der Bacata. Aber auch wieder nur einmal. Zweimal. Okay. Dafür hat jetzt... Oh. Ja. Conrad auch nicht mehr viel Schaden gemacht. Ach, da ist noch einen. Ja. Ah! 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 Mal gucken, wo wir überhaupt hingehen. Links waren wir noch nicht. Da auch noch nicht, okay. Das macht mich ein bisschen nervös, dass man überall irgendwelche Türen hört, die auf und zu gehen. Wuppala. Ich hoffe einmal, dass es keine komischen Rätsel sein werden mit irgendwelchen Türkombinationen. Sowas hasse ich ja wie die Pist. Da haben mir die Schalter in der Mine schon gereicht. In welcher Stellung ist das wahr? Zum Glück war das nicht so tragisch. Ach, wir können natürlich auch mal zaubern, fällt mir gerade ein. Nehmen wir doch mal Stromschlag. Einfach mal so. Leider sieht man ja gar nicht, was für Schaden es macht. Ach, wir können alle nicht mehr zaubern, okay. Einfach kein Feuerball. Ich kann mich auch nur wiederholen. Glücklicherweise machen die Amazonen gar nicht viel Schaden, sonst würde ich jetzt schon wieder verzweifeln. So müssen wir es einfach nur ausharren, äh, aussitzen. So, was haben wir hier? Ein Langschwert. Haben wir ja auch schon mehrere, aber wer weiß. Wir haben noch Platz. So, sonst ist hier wahrscheinlich nichts. Nein. So, Heilung auf Paulson und Heilung auf Conrad. Und dann würde ich mal sagen, rasten wir. Jawohl. So, und jetzt gleich links, ne? Jawohl. Ah, noch mehr Abzweiger. Sind wir jetzt auch an der gleichen Stelle? Ja. Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn wir teleportiert worden wären. Jetzt nichts. Auch kein Beheimgang. Nein. So, dann haben wir hier noch was. Ha. Ha. So, wir können jetzt mal den Zauber ausprobieren. Oh ja, das war effektiv. Das wird dann aber auch natürlich auf Dauer nervig, wenn wir dann immer rasten müssen, unseren Magievorrat aufzufüllen. Wenn das anders nicht gehen sollte, hier. Noch ein Langschwert. Ah, Langschwert Knurr. Langschwert Knurr klingt schon mal besser als normales Langschwert. Dann würde ich sagen, legen wir mir das Zwergenrundschild. War, glaube ich, auch nicht so billig, ne? Aber, ach, wir haben noch Platz. Okay, noch geht es. Noch können wir alles mitnehmen. Aber ich glaube, das war es, ne? Ja. Sehr viele Räume und kurze Gänge habe ich den Eindruck, wo nichts zu finden ist. Okay, links ist noch eine Tür, wo wir noch nicht waren. Da auch noch eine. Ach, zwei. Hier ist, ja gut, hier da waren wir auch noch nicht. Hier auch noch nicht. Oder war da einfach nur eine Wand? Müssen wir noch mal gucken. Aber erstmal gehen wir links. Können wir jetzt hier den Schlüssel benutzen? Auch nicht. Okay. Dann müssen wir jetzt rechts, glaube ich, ne? Weil hier waren wir schon. Ah, ne, links haben wir auch noch nicht. Meine Güte. Aber da geht es auch gar nicht weiter. Okay. Obwohl. Sehr gut. Kater, weiß nicht. War natürlich schon mal nicht schlecht. Jetzt können wir noch wieder den Feuerzauber benutzen. Wenn mal irgendjemand hier war Kater. Ach, der kann den Feuerball nicht, ne? Den Blutschlag auch nicht. Okay. Nochmal ein langes Schwert. Okay. Heilen wir uns mal. Ach ja, das war ja die Tür. Und da kommen schon wieder die kommen die Nächsten schon wieder. Ich könnte ja mal gucken, ob jetzt hier zumindest das Langschwert knur... Ich gebe auch noch mal hier den Dreizack an Paulson. Vielleicht bringt es ja doch noch was. Langschwert heute. Wo war Langschwert knurr? Das war so ein glatteres, ne? Das war es nicht. Oder doch das. Oh ja, das sieht aber auch gefährlicher aus, ne? Gehen wir mal das an. Ein paar Kater. Vielleicht hat es ja irgendwelche besonderen Eigenschaften. Oh ja, das war früher schon mal ein Treffer. Das haben wir in Folge getroffen. Boah, jetzt ist es noch auch. Okay. Das war auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Da lag ein Schlüssel, aber wir werden direkt hier an den Griffen. Ein Schlüssel nehmen wir trotz zwar mit, wollte ich sagen, aber ah, jetzt haben wir keinen Platz mehr, ne? Okay, legen wir erstmal wieder hin. Äh, ne, heilen. Doch, können wir nicht mehr halten. So. Jetzt geht's schon los. Irgendwas lassen wir zurück. Ähm. Brauchen wir die Spitzhacke noch? Wir sind ja nicht mehr im Bergwerk, ne? Ich würde mal vermuten, nein. Aber wer weiß, ob wir noch mal in eine ähnliche Situation kommen, in einer Höhle oder hier irgendeine Wand. Also würde ich schon fast sagen, das Schwägenrundschild oder einen von diesen Dolchen. Das sind alles Dolchen mit Namen. Ich weiß immer noch nicht, ob die dann irgendwie wertvoller sind. Aber die scheinen ja irgendwelche Fähigkeiten zu haben. Was ich auch immer noch nicht weiß, ist, ob wir diese die brauchen wir auf jeden Fall noch, aber ob wir diese Zettel noch brauchen, die wir haben. Hier, Mitteilung. Ring for Admittance. Ich glaube nicht. Also, die anderen haben wir auch bis jetzt nicht wieder gebraucht. Weg damit. Die behalten wir natürlich nochmal. Was war das? Ja, das hat sich auch erledigt, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ach ja, das Ding. Ich heb's nochmal auf. Keine Ahnung, ob das irgendwann nochmal eine Rolle spielt. Und ich hatte es damals schon gesagt. Ja, ich könnte mir das jetzt einfach aufschreiben. aber ich weiß ja nicht, ob das Spiel nicht will, dass ich diesen Gegenstand noch hab und da sonst im Spiel nicht drauf kommen kann. Wobei ich das ziemlich fies fände, wenn da so ein Zettel wäre, dem man das ganze Spiel mit rumschleppen müsste. Achso, das war ja schon offen, genau. Holla. Da geht auch schon der Wecker. Da ging die Zeit jetzt doch relativ fix rum. Ich würde sagen, wir gucken aber nochmal hier am Ende war noch ein Schalter. Und Dietrich, okay. Und ein Dolch. Den lassen wir direkt liegen. Der hat keinen Namen. So, können wir das hier öffnen? Falls ja. Okay, also wir haben es geöffnet, aber er hat gepasst, aber ist nicht aufgegangen. Dann muss da vielleicht der Schlüssel irgendwo anders auch nochmal eingesetzt werden, dass dieses Schloss hier zwei Schlüssel braucht. Woher? Moment. Was war das denn? Ah-ha! Man muss auf alles achten, ja. Oh. Hallo, Braewons. Du musst die Gäste Ich erkenne ihn. Das ist der Tief, der von Gladstone letztes Jahr Das war ein Fehler. Du hältst eine Grudge, würdest du? Warum bist du hier? Janet, der Liedler der Amazons hat mich hier. Ich habe zehn Kräste. Es ist dein, wenn du mich frei setzten. Okay, töten auf jeden Fall schon mal nicht. Das wäre krass. Weggehen ist auch fies. Wir helfen ihm mal. Danke. Hier sind die Kräste, ich versuchte. Sicherlich du nicht wollen, dass ich ohne Geld gehen. Kann natürlich sein, dass uns das noch mal später irgendwie schadet. dass der uns irgendwie später verrät. Keine Ahnung, aber ich spiele das hier aus dem Bauch heraus und töten auf jeden Fall nicht. Und das Feige weggehen ist aber quasi das gleiche. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu, ich habe die richtige Entscheidung getroffen und hoffe einfach mal, dass es sich später auszahlt. Genau wie mit dem Bettler, dem wir Geld gegeben haben damals. Wobei das natürlich noch ein bisschen anders ist, weil ein Bettler ist ja noch eine andere Nummer als jetzt irgendein Dieb. Lyle's Zelle. Okay, also, ja, Lyle. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück hier vorne und gucken, ob hier noch was war. Wobei, das werden wahrscheinlich auch Türen sein, die wir noch gar nicht aufgekriegt haben. Natürlich habe ich die Orientierung verloren. Okay, links. hier links. Einlassringen. Oder, ah, Moment, vielleicht ein Rätsel. Wir müssen einen Ring da in die Nische legen. Das könnte natürlich auch sein. Haben wir noch? Ja, wir haben nur zwei Ringe. Weselring und Dublring. Ich habe keine Ahnung, welcher von den Ringen was macht, aber wir machen es einfach mal. Vielleicht einfach mal den anderen. Oder, es hat gar nichts damit zu tun. Oder, wir können jetzt auf diesen Knopf hier drücken, aber wir werden wahrscheinlich wieder abgeschossen. Ja, natürlich. Oder gibt es jetzt hier irgendwo einen Schalter, der vorher nicht da war? Nein. Dann nehme ich den Ring einfach mal wieder an mich. Wir heilen uns noch mal. Und dann würde ich sagen, verziehen wir uns hier in unsere Ecke, wo wir alles abgelegt haben und rasten. Und dann werden wir jetzt hier speichern und beim nächsten Mal weitermachen mit der Erkundung des weißen Turms. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren da lassen. Wenn ihr hier länger dran seid und ansonsten wenn ihr neu seid, guckt euch gerne die alten Folgen an, guckt euch auf dem Kanal um. Wenn euch das gefällt, was ihr so findet, dann lasst mich freuen und ansonsten würde ich jetzt sagen, ich speichere und dann sage ich wie immer danke fürs einschalten und bis demnächst. Ciao.